Hallo und herzlich willkommen zurück zur 21. Folge von GTA 5. In der letzten Folge waren wir eine Runde mit Gliedes Jagen und haben mal geguckt, was sonst noch in der Welt abgeht und haben durchs Zufall einfach mal so 25.000 Dollar gewonnen. Hat leider noch nicht so ganz gerei für unseren Flugplatz. Naja, müssen wir halt weiter mit unserem Auto rumfahren. So, wir haben einen neuen Auftrag, beziehungsweise irgendwas geht hier zu Hause ab. Dann gehen wir doch mal gucken, was hier so zu Hause los ist. Beziehungsweise wir legen uns einfach mal hin. Ach. Ich bin Michael Townley. Da sind zwei Michael Townleys living in L.S. Eine ist 83 und die andere ist Kindergarten. Ich versuchte die Lehrer, ihn auf der Telefon, um zu sein zu sein. Aber sie versuchte ihn zu Hause. Ich bin kein Molester, Trevor. Shut up, bevor ich Sie, okay? Jetzt ist es noch etwas anderes? Ich habe mich durch die Telefonklinie gesehen. Ich habe mich Michael Gesanke, über die gleiche Jahre, mit zwei Kindern. Was ist seine Frau? Amanda? Amanda? Ja. Du bist ein Geist, du moron! Komm her! Komm her! Ah! 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 Entschuldigung, Trevor! Run, du kleiner Scheiß! Wir gehen zu Los Santos! Wir sind? Nicht du, ich und Wade. Was für mich? Du bist der CEO von Trevor-Phillips-Enterprises! Find uns ein Business, damit wir ein bisschen Geld machen können! Und ich stehe meinen Scheiß auf! Los geht's! Warte, komm her! Ich stehe! Du kannst mich aufreißen, wenn ich freu mich. Ich schreit. Du kannst mich aufreißen. Der arme Wade. Oh, Menno. Der tut mir vielleicht irgendwie. So, wir gehen zu Los Santos, dann? Soon. Ich muss einen Stopp machen. Oh, was ist dein Stopp? Ice Cream? Jo, oder wir steigen einfach hier ein. Geht natürlich auch. Wo sind deine Leute in Los Santos? Es ist mein Scheiß da. Lloyd, er hat mit seiner Freundin in einem Ort. In einem Ort. So, äh... Was ist Ihr Stopp? Die Familie ist wichtig, Wade. Nicht so wichtig wie der Mann, die dich verwendet hat, die dich verwendet hat, aber es ist wichtig. Wir müssen diesen Scheiß aufhören. Ich habe ihn nicht in einem Zeitpunkt gesehen, Trevor. All die mehr Grund für ihn zu kommen. Okay, um... Das ist gut. Aber wo sind wir aufhören? Wo sind wir aufhören? Trevor? I, I, I don't think we would be welcome there, I mean... ...wennst, what do you want to...? Well... Send them on there Wade to begin with? Greif has a beautiful way of bringing folk together, Wade. Oh Gott, was hat der Tür einfach nur wieder vor. Okay, das Wetter hat auf jeden Fall ganz schnell umgeschlagen auf einmal. Na super ist es. Muss ich einfach nur strahlen, der Sonnenschein. The assholes hier, they slipped. Ice took a hold of this whole place. You're lost, but you are not forgotten, brothers. We'll find that motherfucker. I got you them bombs and that pistol with the thing that makes you quiet on it. Yeah, I took them. Those are my gifts for these pricks. Wait here, don't get killed. I'll try not to get killed. Na toll. Haftbomben? Wie sollen wir denn jetzt einfach da durchkommen? Okay, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht gesehen werden. Äh. Oh. Na, wo wirfst du die denn hin? Okay, wo müssen die noch dran? Da hinten muss noch irgendwo einer dran. Okay. Sehr schön. Okay, die hauen ab. Okay, jetzt nur drei Stück müssen wir unterbringen. Okay. Okay. Okay, ich gehe wieder hinten rum. Wir wollen nicht unbedingt gesehen werden. Das ist die Überraschung ja ein bisschen größer. So, ein Unwetter. Okay, die zwei noch. Nee, der war's gar nicht. Shit. Der da hinter. Okay, und der da hinten noch. Boah, der Wetter sieht richtig cool aus oder so. Da noch in dem Dunkeln. Shit, 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 shit. Machen. Treten hier gerade einen Typen zusammen? Alter. Shit, davon wird auch einer rum. Nein, 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 nein. Da steht einer rum. Nein, da sind welche. Shit. 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 Du, 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 du. Bisschen von hier wegrennen. Wait. Wir müssen los. Do it for the brothers. Now that that's over, let's get out of town. Los freaking Santos. That go okay? I heard like a banging. And screaming. But then not the nice kind. Yeah, it went good, Wade. We don't have to think about the loss no more. Let's go find my old buddy. This Michael Townley guy must have pissed you off real bad for you to want to find him so much. He didn't piss me off. The guys that killed him, the federal government, they pissed me off. But if he's dead, who's this? Now you're starting to grasp the pertinent questions. Who is this guy using my dead friend's tired-ass movie quotes with my dead friend's alias and my dead friend's family? The house I must have been paid for with my dead friend's stashed millions? Wow, that's a real mind-fuck. Yeah, I'll show you a fucking mind-fuck. I'm gonna stick my Bowie in your eyes, gonna come out of your ear, huh? I, I, I didn't mean anything, but I got tea? Trevor? Lube up your eyehole, fucker, cause I'm gonna fuck your tiny mind, huh? I'm gonna fall ready to turn you into roadkill. Ah, please, don't turn me into anything. I just want to be Wade. Mensch, lass aber wirklich nur Ruhe. Are we nearly, nearly there yet? No, Wade. Are we nearly, nearly there? You keep this up, you're not gonna get there at all. Can you tell me a story? No, Wade. Good, quick, England. You know animal, mineral or vegetable? I'll go first. I'm nanotechnology. What? You're what? Oh, damn it. I gave it away. I wasn't supposed to say what I am. I'll start again. Animal, vegetable or mineral? Hey, hey, hey. How about this? I'll tell you a story. If you promise never to speak again. I like stories. Of course you do. This story's about a boy called Tri- Tri-Tricia. Is Tricia a boy's name? It doesn't matter. God, weird. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, in the Canadian border region of America. Okay, this boy, he had all the talent, charisma and guile that a boy could have. But he didn't know what to do with it. He should become a bankball player. No, he shouldn't. Because he's not a fucking sellout idiot. Or hockey player. That's it. That giant sprawl. Los Santos. Miggy, jetzt geht die Geschichte nicht weiter. Komm, erzähl die Geschichte weiter. Verdammt, ich glaube, ich bin zu schnell gefahren. So, wo genau will der jetzt hier hin? Oh, okay. Okay. So, Michael. This is where dead men come back to life. It's been nearly 10 years. But you'll keep for another day or so, huh, old friend? You motherfucking fuck! I grieved for you! You weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! Los Santos, the city of shitheads. Where else would he be? It's Fischi Beach, where he's staying. Will you tell me the story about that boy, Trisha? Ah, yeah, yeah. Where were we? Right, 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 right. So, this kid, he could fly planes. So, he signed up for the Air Force to fly all day long and bomb villages and maybe, just maybe, drop the nuke. And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable. And grounded him for life. That's terrible! It was! Sent him into a deep pit of doubt, despair. And just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver-tongued troll under a bridge. That's cool. What was your troll's name? Mike! Michelle! A lady troll? He had tits, like one... No, he was a boy. Michelle is a funny name for a boy. Well, this was a funny boy. He sat under his bridge, robbing anyone who passed him by. Sometimes, he'd go into town and rob the shops and inns and such. And he persuaded our hero that maybe he should rob people, too. And you know what? Little Trisha did rob people. And little Trisha was good at it. And they lived happily ever after? For a while. Until the troll met another troll in a strip club. And they fell in lust. And he bought her a pair of fake troll tits. Even bigger than his real troll tits. So she could make more money stripping. Maybe a little on the side without call work. But you didn't hear that from me. Wow. And then she pushed out a pair of little trolls. And the big bad troll under the bridge went soft. Hold on, what? So little Trevor made a new friend called Brad. And he was thinking about cutting Mike off. When it all went to shit. And Mike got killed and Brad went to jail. Did all the names just change or am I missing something? Oh, oh. We're near Floyd's house. I've seen it on iPhone maps. I'll give you directions. That's right. I'm going to say that's right. I'm going to say that's right from here. Ach, Mensch. The wait day. Now keep going. Just straight over this one. It's a ride up here. Just keep on a minute. This is the place. I think it is at least. So, hier müssen wir hin. Bist ihr dir sicher? Ich muss mich nicht hinterm Auto verstecken. Lee. Ach so. Ja, na gut. Floyd wohnt hier. Floyd, it's me, Wade. Who? Me, Wade, your cousin. Who? Your cousin. Fuck. He's come to visit you, you rude fuck. Now get up off the floor and fix me a fucking drink. Oh, you Wade. I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere here. He's going to smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's had a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was caught in Evelyn's bed. A guy we've never proved. You gotta go. Both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. It's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, yeah, okay. Wait. I ain't got no booze. Then you go out and fucking get me something. You go too. Alright. Okay. Fuck. Ja, okay. Super. Wir haben einen neuen Unterschlupf. Bestanden. Wieder feinte Freunde. Kopfstütz. Achso. Ja, nee. Ich hab ja keinen umgebaut von denen. Du kannst jetzt zwischen... Achso. Okay. Ich hab grad gedacht, hier liegt eine Portalgang rum. Wer legt sich denn so einen komischen Hakenkran-Dingens hier rein? Oh Gott. Was haben wir denn hier? Hm? Daily Globe. Draußen kann man auch nicht wirklich was sehen. Hm. Wir müssen ja mal gucken, was das für ein Vogel hier ist, bei dem wir hier wohnen müssen. Zumindest hat er eine KitchenAid. Ähä. Grabpeer? Hm. Joa, naja. Könnte man schön einrichten. Kann man sich an den Computer mal hinsetzen? Nö. Ähä. Könnte es dir gefallen. Flugschule. Ne, Flugschule ist jetzt verfügbar. Moment, ich guck mal nach. Äh. Moment, ich mach da mit der Tastatur. Hallo? Ich kann nicht rauszoomen? Ja, schön. Okay, jetzt gibt es auf jeden Fall irgendwo da hinten eine Flugschule, bestimmt am Flughafen. Wir können den Fernseher anschauen. Wir können ja mal kurz durchgucken. Aha. Moment, den kennen wir doch, oder? Kennen wir den? Ähm. Der nennt mich irgendwie an den Typen von Battlefield Hardline. Ähm. Ähm. So, was gibt es noch so im Fernseher? Ach so, kann man dazu wechseln können, mit A und D durchzuschalten. Wir werden hoffen, dass es kein Problem gibt, dass ich immer ein bisschen Kanin angucke. Aha. Femur Scheme. Ist das ein DSDS oder was? Hahaha. Oh Gott. Oh Gott. Was haben wir sonst noch? Gibt man die beiden Sender? Na toll. Femur Scheme. Femur Scheme. Oh Gott. Ach. Oh. Oh Gott, ich weiß schon, warum ich dein Fernseher mehr gucke. Ist ja schlimm, wie macht dein Fernseher aus. Gibt es Internet? Ich gehe auf YouTube und gucke mir jetzt was ganz Tolles an. Weiß ich nicht. Am besten irgendein Let's Play. Am besten von irgendjemandem, der gerade GTA 5 spielt oder so. Ist ja schrecklich. Ja, wir haben ein paar Chinesen beim Wohnwagen. Was? Die Chinesen waren beim Wohnwagen? Nein, nein. Oh. Was ist denn das für ein Ding? Einfach nur ein großer Ventilator, der sich dreht? Was soll das denn? Ich kann mich umziehen. Natürlich kann ich mich hier umziehen. Die haben ja genau meine Sachen da, die ich brauche. Jagd. Wir ziehen uns mal um. Ja, wir sind ja jetzt ein bisschen mehr am Strand. Ziehen wir uns mal passend an. Brille. Wie ganz debil, der immer guckt. Äh. Ne. Jo. Drücke E, um Spiel zu spielen. Achso. Wie sollte der Föhn kein Kabel mehr dran? Wie soll man den Kabel von dem Föhn abgeschnitten? Äh. Ja. Okay. Schade, dass wir hier nicht rausgehen können. Äh. Äh. So. Gibt es ja auch ein Klo? Wir sind hier. Wer wohnt denn hier? Haben die Kinder gehabt? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Oder wer wohnt hier? Teddy. Hier ist Teddy. Hier kann man nicht speichern. Was ist hier? Ähm. Lach hier Geld hinter die Tür? Ne. Ich habe irgendwann mitgenommen. Ich glaube, ich habe ein paar Klorollen mitgenommen. Und es war Heilung. Kann man sich hier duschen? Das wäre super. Aber geht nicht. Äh. Na gut. Aufs Klo müssen wir nicht. Alter. Was ist das denn? Äh. Schöne Bilder. Aber wirklich. Wunderschön. Das sieht. Kann man hier mal tapezieren? Oh. Wird schlecht. So ein bisschen. Naja. Gut. Gucken wir noch ein bisschen aus dem Fenster. Mhm. Aussicht könnte ein bisschen schöner sein. Aber geht eigentlich da hinten. Schöner ist mehr. Richtig schön. Also. Urlaub machen auf jeden Fall. Naja. Dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht. Und was uns hier noch alles erwartet. Vielleicht hier sogar am Strand. Das sehen wir alles in der nächsten Folge von GTH 5. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.